Philosophisches Kopfkino Was ist Glück? P plus Klammer auf, fünfmal E Klammer zu, plus Klammer auf, dreimal H Klammer zu. Kein Witz, so definiert auf jeden Fall der britische Wissenschaftler Pete Cohn dieses Wohlgefühl. Jeder sucht es, wenige haben es und abgeben mag uns auch keiner ein Stück von seinem. Glück ist ein Zustand vollkommener Befriedigung und vollkommener Wunschlosigkeit. Aber schon die alten Griechen haben Unterschieden zwischen dem Glück als der Gunst des Schicksals und dem Glücksgefühl, wenn man sein eigenes Glück bemerkt. Aristoteles sah das damals ganz pragmatisch. Für ihn galt als glücklicher Mensch, wer sein Leben tugendgemäß verbrachte und noch dazu mit äußeren Gütern ausreichend gut ausgestattet war. Also Rolex, Jaguar, Shampoos mit schicken Menschen am Swimmingpool im Garten? Das soll Glück sein? Warum wandern dann Leute wie Whitney Houston oder Britney Spears fast monatlich in die Promiklapse? Naja, vielleicht leben die nicht ganz so tugendhaft wie von Aristoteles vorgesehen. Aber mit äußeren Gütern sind sie dafür umso mehr ausgestattet. Und kann Glück von Dauer sein? Schon Konfuzius sagte, wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern. Ist der Weg also das Ziel? Der Weg zum Glück ist für jeden anders. E.P. Cour, der Glücksphilosoph der Antike, sieht das ganz bescheiden. Denn für ihn bedeutet Glück schon einfach Schmerzfreiheit. Solange es uns nicht schlecht geht, wird es uns höchstwahrscheinlich gut gehen. Denn Glück funktioniert leider nun mal nur mit seinem Gegenpart. Ohne Nacht können wir uns auch über keinen Sonnenaufgang freuen. So wie ein bekannter Fußballer es auf den Punkt brachte, zuerst hatten wir kein Glück, aber dann kam auch noch Pech dazu. Woof distort 1400 20 21 21 22 25 26 28 22 45